So, vielen Dank, vielen Dank. So, hallo, hallo, guten Morgen, ich bin der Daniel Mesa Arredondo, ich promoviere hier am HZB, Helmholtz-Central Berlin im Bereich Photovoltaik. Und ja, und ich komme ursprünglich aus Mexiko. Ich habe sogar hier meinen offiziellen Ausweis dabei. Und ja, ich komme aus Mexiko. Und das bedeutet hauptsächlich, dass ich die Artikel auf Deutsch falsch benutze. Und es tut mir leid, dass ich sie falsch benutze, aber um ehrlich zu sein, ihr seid schuld daran, ihr Deutsche. Warum? Weil ihr keine Regeln für die Artikel habt. Ich meine, was soll das? Ihr seid Deutscher, ich habe Regeln für alles. Nicht nur für die Artikel, auf Deutsch, aber gut. Ich habe sogar einmal so eine Toilettenordnung gefunden. Aber für die Artikel habt ihr keine Regeln, aber gut. Die deutsche Sprache ist auch nicht so schlecht. Es gibt eine Sache, die ich sehr mag. Und das sind die Kompositorwörter. Die Kompositorwörter sind richtig cool, weil man so viel mit einem Wort zeigen kann. Zum Beispiel in dem Institut, wo ich promoviere, haben wir so eine Anlage mit einer Kator, die man zerstäuben kann. Und dann, das ist die Katolenserstäubungsanlage. Und mir wurde gesagt, man muss lernen, wie man diese Maschine benutzt. Ich bin zu den Katolenserstäubungsanlagenbeauftragter. Ich habe ihn gefragt und er hat ja gesagt. Und das bedeutet, dass ich hauptsächlich der Katolenserstäubungsanlagebeauftragter Lehrling bin. Und ich weiß nicht, was ihr für einen Job habt, aber für einen Mexikaner, das klingt richtig cool. Ich wollte mich sogar so ein Namensschild machen. Ich glaube, es wäre so zu lang gewesen. Und ja, vielleicht mein Chef hätte gedacht, dass ich bescheuert bin. Aber gut, ich wollte heute hier ein bisschen über Zollazellen reden und welche Forschungsgebiete es in der Photovoltaik gibt und wie die Effizienz von einer Zollazelle ist und so. Und ja, und dafür habe ich eine kleine Geschichte für euch vorbereitet. Und zwar, eines Tages in Mexiko, meine Mama war kalt. Das ist meine Mama und ihr war kalt. Und nach dem vierten Hauptsatz der Thermodynamik, der lautet, wenn eine Mama kalt ist, muss die ganze Familie eine Jacke tragen. Nach dem Hauptsatz folgt ganz logisch, mir ist kalt, Daniel braucht eine Jacke. Was machen wir? Lass mal alle diese Münzen Daniel schicken, damit er sich eine Jacke kauft. Und dann mein Vater hat natürlich gesagt, ach Veronika, lass mal lieber eine Überweisung machen. Das wäre so schneller und praktisch schnell. Meine Mama meinte, Überweisung? Nein, nein, nein. Dein Sohn freut sich auf ein Paket von uns, weil er uns vermisst. Und mein Vater meinte, okay, ja, dann machen wir das. Und dann haben sie diese Münzen in eine Kiste reingestellt. Aber vorher wollten sie sich ein bisschen so wie Tagowertopf füllen. So, sie haben zuerst die Münzen zu den kleinen Zäulen aufgestellt. Und die Münzen sahen so aus. Da hatte man die einen Pässe Münzen und die zwei und die fünf und die sieben und die neun. Und, ja, und ab jetzt sage ich Coins statt Münzen, weil ich diese Ü nicht richtig aufsprechen kann. Und das ist mein Bruder. Und, ja, und, sein Spitzname ist Coin, deswegen ist das aber gut. Und dann haben sie die Münzen, diese Coins in die Kiste reingesteckt und sie mir geschickt. Und ich kriege die Kiste und ich mag sie auch. Und Tatan, mexicanische Pesos, ne? Tausend mexicanische Pesos, ne? Was mache ich jetzt damit? Ne? Keine Ahnung. Man kann sie hier in Berlin nicht benutzen, ne? Und außerdem, ich brauche keine Jäger, weil es mir nicht kalt ist. Aber gut, zum Glück gibt es auch einen Platz, wo man sie benutzen kann. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist die S-Bahnhof Mexiko-Platz. Und in der S-Bahnhof Mexiko-Platz gibt es einen Schokoladenautomat, wo man mit Pesos zahlen kann, ne? Und es ist ein komisches Automat, aber eine Anleitung ist dabei, so, schön, auf Deutsch geschrieben, mit Ausrufezeichen, so, überall. Und die Anleitung ist ganz einfach, ne? Es sind drei Regeln ganz einfach. Dieses Automat gibt kein Wechselgeld, eine Schokolade pro Coin und ein und zwei Pesos Coins werden geschluckt. Und dann ist es relativ einfach zu sehen, wo wir Geld verlieren. Zum Beispiel, wenn man eine Eins- oder Zwei-Pesos Coins benutzt, die gehen einfach direkt in die Kasse rein und man kriegt keine Schokolade dafür, das ist Geldverlust, ne? Ansonsten, es gibt einen Trick von dem Verkäufer, und zwar, alle Schokoladen unter der Verpackung sind die gleiche Schokolade, ne? Und zwar die 5 Pesos Chokolade. Das bedeutet, wenn man eine 7 oder 9 Pesos Coin benutzt, verliert man ein bisschen Geld, weil man eine Schokolade kriegt, die nur 5 Pesos wert ist. Ansonsten gibt es noch zwei technische Schwierigkeiten. Es gibt Coins, die nicht so schön rund sind, sondern ein bisschen verborgen und die kann man in die Maschine nicht reinstecken und sie gehen raus und wir verlieren sie. Und manchmal steckt man eine Coin rein und die Coin geht rein und die Feder dreht sich, aber die Schokolade fällt nicht runter, ne? Die bleibt da, hängen, so. Oder manchmal so an der Ecke, ne? Und das ist im Prinzip ganz ärgerlich, ne? So, ich meine, jetzt hängt er, ne? Manchmal bleibt so in der Mitte, manchmal an der Ecke. Und dann die Frage ist, wie viele Schokolade konnte ich kaufen? Und gut, im Prinzip, ich konnte dann insgesamt 20 Scholar kaufen, aber sie sind alle nur 5 Pesos wert. Das bedeutet so, 20 mal 500 Pesos und das bedeutet, dass ich 10% meines Geldes benutzen konnte, ne? So, genitiv, richtig benutzt. Aber 90% meines Geldes habe ich verloren. Und das ist im Prinzip gar nicht gut, aber ich habe keine Möglichkeit, meine Pesos zu benutzen, weil ich sie nur bei diesem Automaten benutzen kann. Und jetzt fragt ihr, ja, was hat denn alles mit Solaten zu tun, ne? Jetzt kommen wir zum Thema. Zum Beispiel, da ist die Sonne, ne? Und die Sonne scheint auf die Erde und wirft auf die Erde Energie, ne? Viel Energie. Und die Frage ist, wie viel Energie? Wie viel Energie? Mehr als genug, ne? Und die Sache ist, diese Energie kommt in kleinen Päckchen, die wir Photonen nennen, ne? Und die Photonen, so wie die Coins, haben unterschiedliche Energien. Es gibt rote Photonen, die wenig Energie haben und so gelbe Photonen und grüne Photonen und blaue Photonen, die richtig viel Energie haben. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit diesen Photonen, ne? Wir könnten uns zum Beispiel hinlegen und bräunen, ne? Und das wollen wir aber nicht machen. Was wir machen möchten, ist, diese Photonen fangen und sie in Elektronen umwandeln, ne? Und dann es schon von der Solarzelle kriegen. Und dafür, was man machen möchte, ist mit diesen Photonen sozusagen Elektronen kaufen. Und dafür kann man so eine Solarzelle benutzen oder sozusagen ein Elektronenautomat. Tada! Vielen Dank. Gut. Und die Frage ist, wie viele Elektronen kann ich zum Beispiel 1000 Photonen kaufen? Ne? Und dann können wir die Verluste analysieren und dann können wir wissen, wie viele Elektronen. Zum Beispiel, es gibt Photonen, die wenig Energie haben und die können keine Elektronen kaufen, die gehen nur durch die Solarzelle durch und wir verlieren sie. Und in diesem Prozess nehmen wir Transmission. Andere Photonen stoßen an der Solarzelle Oberfläche zurück und wir verlieren sie. Und in diesem Prozess nehmen wir Reflexion. Und wir verlieren sie auch. Ansonsten gibt es andere Photonen, die in die Solarzelle reingehen und Elektronen kaufen. Aber als diese Elektronen auf dem Weg nach draußen sind, sie bleiben so irgendwo hängen und wir kriegen sie nicht. Und in diesem Prozess nehmen wir Re-Kombination. Ne? Und es gibt, hier müsste man sagen, dass egal was für eine Energie die Photonen hatten, sie kaufen immer die gleichen Elektronen. Und das ist ein bisschen so wie der Verkäufer trägt, dass sie kaufen einfach eine ganz normale Elektronen, auch wenn sie hochenergetische Photonen waren. Aber gut, in diesem Prozess nehmen wir Re-Kombination. Und dann ein Teil von den Photonen, so zwischen 10 und 25 Prozent, kaufen tatsächlich Elektronen, die wir am Ende benutzen können als Strom. Ne? Gut. Und das ist fast alles, was ich euch sagen wollte über Solarzelle. Aber ich werde ein bisschen mehr über Re-Kombination und Reflexion reden, weil das sind zwei Forschungsgebiete, die wichtig für meine Promotion sind. Zum Beispiel hier in der Reflexion, man versucht so viele Photonen in die Solarzelle reinzustecken, wie möglich. Und das kann man schaffen, zum Beispiel indem man die Oberfläche der Solarzelle so rau macht, statt glatt. Oder mit verschiedenen Materialien, mit denen man eine Antireflexionsschicht bildet. Und diese Antireflexionsschicht ist sehr, sehr wichtig, weil, wie ihr sehen könnt, ohne Antireflexionsschicht kann diese Frau hier nicht glücklich sein. Ne? Und dann ist es sehr wichtig. Und, ja, und Re-Kombination, es ist auch eine Sache, die ich in meinen Solarzellen vermeiden möchte. Und es gibt verschiedene Arten von Re-Kombinationen, zum Beispiel, manchmal bleiben die Elektronen so in der Mitte von der Solarzelle hängen und manchmal so an der Ecke. Und diese Re-Kombination-Arten haben verschiedene komische Namen, die gerade für uns unwichtig sind. Aber zum Beispiel das hier nennen wir Surface Re-Kombinationen. Das ist so eine Sache, die sehr wichtig für meine Promotion ist und die ich mit meinen Solarzellen im Prinzip vermeiden möchte. Und dann im Prinzip, was ich machen möchte, ist so ein Schokoladenautomat, wo hier diese Coinöffnung nicht so klein ist, sondern groß, damit ich so viele Coins reinstecken kann. Ne? Nicht so klein, sondern groß. Und auch hier unten, dass diese Fläche hier nicht gerade ist, sondern ein bisschen gekippt, damit die Schokoladen zack, 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 runter und raus. Das ist im Prinzip sozusagen, was ich machen möchte mit meinen Solarzellen. Aber es gibt andere Wissenschaftler, die andere Tricks versuchen, wie zum Beispiel sie versuchen, so ein Automat auf einem anderen Automat draufzustellen, damit die unbenutzten Coins von dem ersten Automat in den zweiten Automat runterfallen und so können sie mehr Schokoladen für die Coins kriegen. Und dieses Konzept nennen wir Tandem Solarzellen. Und im Prinzip, das war's, alles, was ich euch heute erzählen wollte über Solarzellen. Aber nur, weil ich mich freue, hier im SO36 lernen zu dürfen und weil ihr ganz cool seid und weil ich Berlin liebe, habe ich für euch eine Zusammenfassung vorbereitet. So, hier ist das ganze Thema für euch wieder in nur 10 Wörter, nur heute, nur für euch. Und es geht so, maximal mögliche Solarzellen-Effizienz erreicht man in dem von der Sonne emittierten und in der Solarzellen absorbierten Photonen sich vollständigerweise in nicht rekombinierte durch jegliche Methode Elektronen umwandeln. Vielen Dank! Applaus